Gott sei Dank. Das sieht Davy Jones. Bestimmt auch nicht. Was war das für ein Geräusch? Was hast du mit der Lampe gemacht? Wieso behältst du die denn nicht? Da ist ein Secherchen. Also Davy Jones merkt es nicht, dass hier jetzt auf einmal wieder alles offen ist. Der ist nämlich blöd. Und blind. Blind vor allem. Hier haben wir was. Räum mal die Zeitung weg. Aha. Wen haben wir denn da? Erzählen uns mal was, bitte. Warte, bevor du uns was erzählst. Nicht, dass ich hier gleich wieder nicht mehr hin kann. Und hier irgendein Sammelgegenstand ist. Nein, ich sehe keinen. Und ich kann auch keinen erklicken. Dann erzähl mal. Was war Davy Jones' quest? Wir können noch nicht erinnern. All that yet. We remember thousands of deals signed, stripping the signatories of every worldly possession. The only way to end a pact with Davy was, and still is, to fulfill its terms. We remember many that have tried to achieve it, only to fail miserably. But what were the terms? The memory of it is beyond our reach for now. Something about the treasure of Davy Jones surely. But what? Hmm. Yay, wir haben drei davon. Puh, mal sehen, was wir damit machen sollen. Guck mal hier raus. Ja, es ist, äh... Was ist das? Genau. Was ist das? Was steckt hinter diesem Felsen? Was für eine Aussicht. Ich spüre den Wind, der vom Ozean kommt. Das ist die verfluchte Galeone, mit der wir hierher kamen. Naja, du eigentlich nicht. Du bist eigentlich auf einem anderen Boot gekommen. Das ist der Palast von Davy Jones. Sonst, das müssen die Minen sein, in denen Davys untertan arbeiten. Ja, ich fürchte, wir müssen hier überall noch hin. Das wird ein Spaß. Äh, hallo? Haben wir irgendwas, was da hinkommt? Eine Nadel. Salz. Auch nicht. Aber sie sagt nichts, ne? Was wir hier machen können, sollen oder tun, wahrscheinlich kommt da irgendwas rein. Aber ich finde das seltsam. Was für eine Aussicht. Ich spüre die anderen, das haben wir schon. Ähm, was ist das? Aha. Mhm. Ich komme an dieses Objekt nicht daran, der Uhrzeiger ist blockiert. Wollen wir noch nicht. Wahrscheinlich muss hier noch was rein, oder? So, das wird es ja nicht sein. Nö. Gut. Schreibtisch. Aha. Ist das die Feder vom Rechtsanwalt? Was ist das? Ach, das ist eine Tasche. Das muss man auch erstmal verstehen. Hast du nicht zugehört? Hast du nicht zugehört? Das geht nicht. Ah. Ah. Okay. Mhm. Hier haben wir auch noch was. Guck mal, da sind noch mehr. Etwas steckt im Geländer. Wie bekomme ich es da raus? Im Geländer? Was erzählst du denn da für ein Quatsch immer? Sag mal. Ach, guck mal, was wir da haben. Ein Puzzlchen. Hihi. Auch wenn wir nicht alle kriegen, ich freue mich trotzdem über jedes. Aha. Eins fehlt noch. Warte da, was mit den anderen packen? Willst du die nicht auch alle zerstören? Na gut. Okay, warte. Da haben wir was. Zeiger und so. Und ach du lieber Gott. Wir gehen erstmal wieder runter und stellen mal das Buch hier ins Regal dar. Sortiere die Bücher, um auf den Umschlägen ein komplettes Labyrinth zu erhalten. Ordne dann die Farben der Schädel und Umschläge. Und ach du lieber Gott. Nicht schon wieder. Nicht so was. Ah. Guck mal, das ist schon mal gut, oder? Hat schon einer applaudiert. Ich kann leider nicht reden, ich muss mich konzentrieren. Hä? Wartet der da hin? Ah, der da hoch, dann der da hin. Ne. Der da hin, dann machen wir die da so. Und jetzt? Achso, so? Was sollen wir die denn jetzt? Ich mach wieder alles kaputt hier. Achso, das geht gar nicht. Das kann doch nicht richtig sein, was ich hier mach, oder? Guck mal, reicht nicht eins vielleicht? Anscheinend nicht. Nee, warte mal. Nee, ist ja auch Quatsch. Ah! Das klingt super, super, aber ein bisschen gut. Ein bisschen gut, vor allem ist ein bisschen gut. So, die zwei möchte ich gern tauschen einmal. Geht das? Es geht tatsächlich, quasi. Boah! Boah, ich hätte ja nicht gedacht, dass das, dass, dass... Das ist vielleicht eine Rumschieberei. So, wir haben die Schreibfehler und wir haben den Code. Haben wir hier? Setzen wir das mal ein? Äh, was? Finde alle Buchstabenpaare. Nicht alle Buchstaben sind Teil eines Paars. Ah, okay, Memory. Ähm... Ja, okay. Diese zwei. Dann diese zwei. Dann diese zwei. Diese. Und... Und da. Und da. Finde alle Buchstabenpaare. Nicht alle. Okay, nochmal. Einfach nochmal, dann haben wir es. Das ist ja easy. Das ist, äh... Das ist easy. Das ist easy, habe ich gesagt. Easy. Die zwei. Hier ist so ein Kreis in der Mitte. Da auch. Ähm... Diese. Und diese. Sag ich doch, sie sie. Habe ich es nicht behauptet? Ich finde das übrigens furchtbar laut. Ihr vielleicht auch. So, äh, was? Tausche die Buchstaben entsprechend dem Muster. Was für ein Muster? Entsprechend welchem Muster? Hä? Äh, so, das hier muss zusammenpassen, ja? Okay, also das dahin. So, das hätten wir schon mal. Guck mal hier, das passt doch schon fast. Nicht. So. Äh... Ne, das hier muss irgendwie nach unten, ne? So. Oh Gott! Ein Zwerg! Hi! Können wir nochmal mit dem reden? Einfach so? Okay, ist das der Sach vielleicht noch was anderes? Hier diesen, bitte. Ach, wirklich. Ach, wirklich. Ach, hier. Ach, ich weiß gar nicht. Aha! Okay. Bis Davy sein Versprechen erfüllt hat. Wie denn da sitzt? Der Zweck behauptet, dass der Pakt nur widerrufen werden kann, wenn man den Schwur, den Davy Jones vor Jahren geleistet hat, erfüllt. Das ist ja echt fies, ne? Also im Prinzip will er doch einfach nur, dass sein Schwur erfüllt wird, oder? Das ist doch eigentlich... Warte. Schreibfeder. Genau. Dir gehts noch gut? Das hatten wir schon. Ich renne ja schon. Ich versuche hier hin und her zu rennen und Dinge zu tun, damit du wieder hier und so... Hier hast du eine Feder. Na? Was sagst du von der Feder? Hm? Na? Okay. Wollst du die Blume auch? Nein. Die Blume willst du nicht. Gut. Hm. Mehr wollen wir hier eigentlich wieder mal nicht, ne? Toll. Was wollen wir dann jetzt tun? Hm. Eine Blume. Ach. Müssen wir hier noch was machen? Hier ist noch eine Blume. Willst du Salz? Sowas hier. Auch nicht. Hm. Na? Geh wieder weg. So. Okay. Okay. Wir gucken mal. Irgendwo muss ja... Muss ja was sein, was wir tun müssen oder können. Warte mal. Hier können wir auch wieder nicht mehr rein. Der Wächter hat dir seine Geheimnisse schon verraten. Ja, und? Ach, hier. Guck mal. Ist da eine Blume rein? Wäre auch irgendwie seltsam. Salz. Diese Dinger. Auch nicht. Na gut. Na gut. Na gut. Na gut. Dann gucken wir nochmal hier. Was hier ist? Ist hier was Neues? Ja, toll. Salz. Warte mal. Wir haben doch Salz. Salz und Eis und so. Oh. Hier kommt noch eine Blume rein. Mach auf. Ah. Okay. Los Hundi. Lauf. Achso. Gut. Dann gehe ich halt alleine. Ähm. Okay. Hier ist ein sehr kalter Ort übrigens. Wollte ich nicht mal sagen. Hier meine liebende daughter erwartet ihre erweigenirmes. Daughter? Oh mein Gott. Wenn Davy Jones geschrieben hat, habe ich noch nie eine Familie kapitelte. Davy Jones Tochter? Deswegen ist sie auch so kalt, damit die nicht verwest. Oh, ne Scherbe. Die nehm ich mal. Sie atmet. Diese Maschine hält sie am Leben. Hä? Stimmt. Wie kann die denn atmen? Das ist die Tochter von Davy Jones. Unglaublich. Ja. Okay, und die soll wieder aufwachen. Ja, das soll ich schon mal... Hä? Der Kristall gibt eine Art Energie ab, die den Weg versperrt. Das hier brauche ich doch auch. Diese Figuren. Das ist Davy Jones. Ein paar Piraten. Und auf wen zielen sie? Hä? Achso! Hä? Hier ist noch so ein Ding? Okay, und jetzt? Da konnte ich hier nichts mitmachen. Na gut. Diese Lampen hier überall. Nö. Da passiert wieder nichts mit. Okay, was haben wir hier? Eine Art Bildschirm. Den hat jemand wohl zerbrochen. Bildschirm? Die kommen, glaube ich, da rein. Oh! Achso, warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Wir müssen... Nein, das... Hä? Achso, wir können alle. Okay. Nein, die nicht. So. Und dann die zwei. Passt doch schon mal. Das muss da hin. Das muss da hin. Und dann haben wir es schon. Was? Bring die Kristalle zum Leuchten um das Bild zu... What? Leuchte? Bitte? Hier ist einer. Höh! Da steht ja jemand. Oh Gott. So. Und da ist noch was. Ich vermute mit deinen Töchterchen, dass was Schlimmes passiert. Kann das sein? Was? Was? Das ist Davy's Pledge. Das ist Davy's Pledge. wieso hat er das denn jemandem gesagt so wenn er doch im im prinzip ist doch er weiß es nicht mehr hat der zwerg gesagt er weiß nicht mehr was er dass er das ich will dir helfen ich will dir doch nur helfen wut